So, guten Morgen, willkommen zurück zu Versacken. Ich freue mich so. Überhaupt nicht. So, jetzt müssen wir erst mal schauen, wo denn der letzte Spielstand war. War das doch wirklich der letzte? Nein. Äh, bin ich da wirklich richtig? Schnell, antwortet mir. Äh, keine Ahnung. Oh. Ich glaub schon. Ah, was zur Hölle? Gibt's immer noch? Das ist die Aushaltung. Schnell alles töten, damit es mich nicht töten kann. So mein Plan, ja. Das ist brillanter Plan, ne? Ja, guck mal. So, ich würde sterben, wenn ich mal Munition hätte. Boah. Ja, schön mit euch. Ich flieg da immer einfach. Äh. Ah, hier geht's. Ah, flieg da rein! Oder auch nicht. Lass es einfach bleiben. Ist nicht notwendig. Wisst ihr was? Leckt mich einfach am Arsch. Lass es auf die Hardcore-Variante. Fliegen einfach durch. Halt. Halt. Da, da. Auf dem Weg. Blocker, noobs, ey. Boat, bahn. Noch ein Weg, ne? Ah, verpiss dich. Verdammt. Dieser Schacht ist nicht für fette Menschen gebaut. Sag mal, voll rassistisch. Tisch. Ich tue einfach so, als wenn da gar keine Gegner wären und flieg einfach weiter. Ich weiß zwar noch nicht, wohin. Ich flieg, aber ich flieg einfach mal weiter. Nein. Ich hasse dieses Spiel. Es nervt. Ach, der schießt ja gar nicht noch auf mich. Der da ist hier das Problem. Ah, fick dich. Pulsar. Vielleicht wird es damit besser. Ach, genau. Ui, 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 ui. Ui. Ui, 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 ui. Komm mal auf. Bleib besser zu. Hey. Wartet mal, was passiert ist. Der kommt nie drauf. Ich hab Kuchen gegessen. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Alles. Alles ist gut. So. Ich hoffe, ich bin hier richtig, was ich hier mach. Ich hab nämlich keine Ahnung mehr, wie hier was weitergeht. Haha, du kannst ihn nicht besiegen. Denn ich bin nicht besiegbar so einfach. Tralala. So, ich hab keine Ahnung, wo ich lang muss. Ich fliege einfach mal da durch diesen engen Gang, wo mich leicht in die Luft jagen kann. Äh. Okay. Da war ich wohl schon mal. Zu einem Zeitpunkt, als ich noch zu viel Munition hatte. Da ist irgendwas eben gespawnt. Ich hab's genau gehört. Ah. Boop, 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 boop. Ich hab übrigens keine Zustand. Ah, komm. Dir. Hat sie erledigt. So, nochmal kurz kratzen, dann kann's weitergehen. Ich bin erst seit 42 Minuten in dieser Karte. Auf dieser, in dieser. Ich hab's kommen sehen. Aber Ausweichen ist nur was für Noobs, von daher mach ich das gar nicht erst. Ich fang die Kugel mit meinen Zähnen auf. Aber leider ist dieses Spiel total unrealistisch. Deswegen kann ich hier mal die Kugel nicht mit Zähnen auffahren. Ah. Deine Mutter achtet auf Panzerung. Deine Mutter ist die Panzerung. Ich versuche hier schlechte Witze zu machen. Das hört auf mich zu töten. Irgendwann hat gemeint, meine Mutterwitze sind lustiger als die Sachen, wo ich sag. Von daher. Ich mache jetzt nur noch meine Mutter Witze. Oder deine Mutter. Oder... Ihr wisst Bescheid. Deine Mutter ist die Panzerung, ey. Oh, Munition. Noch mehr. Verdammt, warum liegt das so viel Munition rum? Ach ja, die Dinger sind übrigens leicht zielsuchend, mein Delfinio. Aber der hat hier keine Ahnung. Ich bin tot. Wie gut, dass es überhaupt nicht oft abstürzt. Das beschleunigt das Let's Play ungemein. Und es nervt auch überhaupt nicht im Geringsten. Nein. Weißt du was? Mensch. Ach komm, bleib halt um die Ecke. Nicht herkommen. Ich habe Mucks. Ich fürchte meine Mucks. Denen ich euch gar nichts tun kann, irgendwie. Zieh mich mal ein Stück zurück. Zielerfaschung. Erfaschung. Kennt ihr schon die Zielfaschung? Kennt ihr das, wenn Spiele ständig abstürzen? Ich nicht. Ich im Geringsten. Habe ich noch nie gehabt. Wollen mich in diesem Spiel. Oh, jetzt geht die Tür wieder zu. Ich hasse die Türen, die immer zugehen. Ist ja wie in einem neuen Spiel. Da gehen die Türen auch immer so schwul zu. Und wie gehen sie wenigstens wieder auf? Neuen Spielen gehen die ja gar nicht mehr auf. Hey, es ist abgestürzt. Uhu. Ich spiele es gleich auf leicht durch. Es nervt. Bleib offen. Komm halt mal her. Es ist voll rassistisch, dass du nicht herkommst. Ach, jetzt kommst du her. Na toll. Jetzt ist es spät. Geh auf. Ich hasse sich automatisch verschließende Türen. Warum er die auch erfunden hat. Der gehört geschlagen. Mann, Mann, Mann. Sollten sie mal ein Beispiel in die ersten Resident Evil Teile nehmen. Da gehen die Türen nicht mehr alleine zu. Also sie gehen schon zu. Aber wo sie in den nächsten Raum gehen, was man jederzeit kann, schon sind die Gegner weg. Gut, ich habe Resident Evil... Also zumindest habe ich das gehört. Ich habe Resident Evil 1 nie wirklich gespielt, weil ich es scheiße finde. Allein schon die Steuerung ist so ein Graus. So, der hat irgendwie Flammenwerfer ist das, glaube ich, liegen gelassen. Also Munition. Und ja, schon ewig die Munition verballert. Geh auf. Hoch, hoch, hoch. Schießt da schon wieder irgendwas auf mich? Nee, schon wieder. Ich will doch bloß die Munition holen. Ich will es irgendwo schießen. Ich will gar nicht so genau wissen, wo. Das merke ich dann später, wenn ich wieder dann vorbeifliegen darf. Nochmal. Oh. Oh, ich habe Pyro. Ich habe einen Laser. Nein, meinen Laser. Nicht irgendeinen, sondern meinen Laser, ne? Das war eine wilde Geschichte, wie ich damals meinen ersten Laser bekam. Oh. Das war damals. Das ist genau. Wir hatten gerade den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Habe ich den gefunden, Mann. Patrick hat gegen die Russen gewonnen. Habe ich den bekommen. Gegner. Pulsa. Nein, das ist kein Pulsa. Das ist ein Gegner. Irgendwie macht der Laser riesen. Nicht weniger. Wuhu. Ich hasse Überraschungen. Deswegen hasse ich auch Weihnachten. Weihnachten ist scheiße. Äh, wo muss ich jetzt lang? Keine Ahnung. Ich habe es vergessen. Tja, dann muss ich jetzt wohl aufhören. Die Wand ist zu. Geht die auf, wenn ich den da töte? Oder? Erst wenn ich dahinter fliege. Ich glaube erst, wenn ich dahinter fliege. Fantastisch. Ich liebe solche Stellen ins Spiel. Ich habe einen Laser. Oh, ich habe Schutzschild aufgesammelt. Ist der Kettbeater da dann, dass er Schutzschild sagt? Ah, da lebt ja noch einer. Tschüss. Verbrennen halt. Wow, es ist ein Lieber, so dass das Spiel mal gecrasht ist. Ah, ah, ah. Dümmlicher Pans? Crash! Noch nicht mehr machen. Okay, der Flammenwerfer ist verdammt effizient. Und auch verdammt nicht lang halt. Oh, was auch immer das jetzt ist. Das Ding hat übrigens... Da ist mein Laser, da ist mein Laser. Ach, steckt da ein Schutzschlitz sonst wohin. Es nervt doch überhaupt nicht, ne? Nein, nicht am geringsten. Ich glaube in der alten Version ist es besser, ne? Hallo? Was soll denn der dumme Scheiß? Warum treffe ich das Ding nicht? Ach ja, genau. Okay, nehmen wir die alte Version. Vielleicht läuft es damit ja besser. Scheiß direkt da drüber. So, die jetzt sterben. 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 Laser overheated. Mutter overheated, wenn sie läuft. Kann ich das überhaupt in die Luft jagen? Oder sind die bloß Dekorationen? Sowohl als auch. Test so einfach mal aus. Mottofeuer! Scheint nicht kaputt zu gehen. Habe ich so das Gefühl. Oh, da ist ein Gang. Oh, da sind Goldbahnen. Oh, da sind Gegner, die mich gleich richtig in den Arsch ficken. Oh! Das ist doch bloß ein Witz für den Gegner. Oh! Ach, so ne Bombe. Die muss ich ja sammeln oder so, ne? Irgendwie so war das. Oh, nee. Och, komm! Soll ich denn da jetzt hoch... Ja, die Version ist kein bisschen besser. Schön, dass wir das mal festgestellt haben. Nicht wahr, dass du bist der Zug. Oh, Zug. Warte mal, ist da ein Schalter dran? Ist da ein Schalter irgendwo? Oder habe ich... Ah! Mache ich mir nur ein Gewilde. Ich will mir immer nur ein, dass ich dauernd sterbe. Ach, jetzt kommt er. Kann ich da dran vorbeifliegen? Nein, kann ich nicht. Sieht zwar kurvig aus, ist aber kantig. Hallo! Zug! Ich hasse Züge! Zieh! Fremder! Mit einem Zug! Äh... Äh, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn du mal in die Luft fliegen würdest. Danke. Wow! Kommst du denn jetzt schon daher? Oh! Das Spiel will ich fertig machen. Ich seh's. Bist du eh mal gespawnt, als ich das Ding spreng? Oder bist du bloß gespawnt, um mich dazu zu bringen, zu laden, damit das Spiel abstürzt? Hm. Verschwörungstheorien. Da, 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 da. Nein, es spawnt automatisch, wenn ich hier hinfliege. Achte lieber auf deine Mutter, du Arschloch. So, was ist da drin? Nichts. Da war auch nichts drin, oder? Ich hab so viel Munition, ich kann mir das erlauben. Ja, da war nichts drin. Naja... Besser als... Wow, darf ich diese Rakete mitnehmen? Bitte sag ja. Moment, die Rakete kann man in die Luft sprengen? Ernsthaft? Geil. Schade, dass ich sie nicht mitnehmen kann. Ich hab eine Rakete, die ist größer als ihr! Oder ich. Aber das sind noch mehr von diesen Dingern. Ich muss bald mal wieder sterben, weil mir die Munition ausgeht. Mann, wie viel sind denn davon noch? Und was bringt mir das, wenn ich die alle in die Luft jag? Äh... Okay, ich hab immer noch... Ich hab Munition. Für meinen Laser. Ich glaub, ich bin im Kreis geflogen. Sag das so mein Gefühl. Gold! 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 Ich mit! Gib ich meinen Soldaten! Dann wird's besser! So, es ist irgendwo eine Tür aufgegangen. Eine Tür! Da... 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 Wohl nicht hier. War das jetzt der Eingangsraum? Oder... Ich glaub, das hier war der Eingangs... Raum... Theoretisch. Also praktisch, technisch gesehen, ne? Ähm... Muss ich wieder draus. Okay. Kämpfen wir uns den Weg wieder zurück. Hey! Schön, dass neue Spiele auch nicht dem geringsten kreativer sind. Da-da-da-da-da... Da-da... Böh... Äh... Ja, ich bin definitiv richtig... Hey, es ist abgestürzt! Ist es nicht toll? Freuen wir uns alle an Bishing! Oh, das ist doch der Richtige. Ich bin so gut. Ich lade direkt immer den Richtigen. Wie ein Siedler. Da lade ich auch immer den Richtigen. Oh, das Zölle ist jetzt kaputt. Das war jetzt aber einfach, Tod zu bekommen. So, wenn ich jetzt noch wüsste, wo dieses Scheiß-Tor aufgegangen ist. Zum Glück sterbe ich hier nicht noch an den Elektroscheiß. Drinks, Drinks, Bums, da. Hier, von la... Hier sollen wir immer die Glühbirne schauschen. Ich kann den Feind hören. Ich kann tote Feinde sehen. Was mir sehr gefallen will. Oh, Fick Dich. Ich lebe noch. Ich bin viel zu gut für euch. Warum? Ernsthaft, warum? Nichts, die waren da hinten nicht noch auf. Ich bin schon wieder bei. So, jetzt müssen wir heute durch das Scheißloch kommen. Aber das war jetzt besser zu eng als zu weit, ne? O, ho, 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 ho. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich war ... Das war Nummer 1. Nicht mich. Ähm. Problem. Soll es doch wechseln? Wow. Knapp ist Kaka Ausdruck. Für das, was das eben war. So, jetzt warten wir noch ein bisschen. Den kann ich so töten. Ihr habt es hoffentlich nicht eilig. Hä? Das war ja wohl ein voller Treffer, Mann. Ich habe übrigens nichts da. Hm. Und der immer behauptet die ganze Zeit, das Spiel hat Munitionsprobleme. So lächerlich. Man hat auch unendlich viel. Dauert noch ein bisschen länger. Man muss nur Geduld haben. Dumm di dumm 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 di dumm. Dumm di dumm dumm. Oh, schon vorbei. So. Du hast dir wohl so gedacht, das Spinnst du wohl Da einfach einen Turm reinzusetzen Ich meine, hallo Geht's noch? Na bitte Das kommt als nächstes Mehr Waffenenergie Könntest du auch kaputt machen? Ne, der schießt abwechselnd links Jetzt an der Wand fängen zu bleiben Das ist eine sehr gute Idee Hey, stürzt nicht mal ab, überrasch' Ich hab Gold Hier sterben Okay, ich lasse es leben. In meiner endlosen Großzügigkeit habe ich beschlossen, es leben zu lassen. Ich kriege nur hoffen Energie, wenn ich beide Fässer zerschieße. Fick dich. Ich habe doch noch Nitro, oder? Haha. So, du kannst mich mal. Halt, geh dir noch weiter runter. Naja, ich will was Vernünftiges. Ah, warum auch immer der Turm jetzt, diese MLS-Dinger. Ach, nein, nein.